Und wir spiel alle! Dieser Spion-Bot muss Geheimnisse der Omega-Stufe oder sowas haben, wenn alle hinter ihm her sind. Die Verladerampe muss da vorn sein! Ich glaube, ich habe nichts, mit dem ich da rüberkomme. Bis jetzt! Es ist so ziemlich großartig, der ist. Jetzt kommt endlich ein food-to-decker! Ich bin ein lástiger T-Diesel-Kang, doch ich mache alles, was ich etwas nicht butterflies und mir nicht dann fern. Der Lerner ist nur so, was ich tue. Ich trage mich etwas. Er 30 Prozent. Ich habe mir keine vierten Böden, bis ich muss meine vierte T-Diesel-Kang machen. Es ist eher eine große T-Diesel-Kang, die ihr für eine große Treppe haben, die Werbung Cleanse hat. Wir können sich das nicht vorstellen. Was ist das? Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Könntest du bitte stehen, bleiben? Ist das hier so eine Art Tess? Ist es, oder? Hey, warte. Hey, warte. Da ist er. Der Pilzball aus dem Club. Oh Mann. Ich komme schon klar, Phantom. Bring dich in Sicherheit. Nein, Minas, das endet hier. Das ist ein Läden. Das ist ein Läden. Das ist ein Läden. Wo bist du nur hin? Nicht übel, Neuling. Danke. Pssst. Was ist das? Sowas wie ein geheimer Handschlag? Hey! Was fange ich damit an? Okay, Neuling. Versuch deinen Phantom-Sprint. Phantom-Sprint? Ja. Morgen. Boah! Bei dir geht das. Wow. Der Ende ist deiner Heutzutage. Hey, selber! Der Ende ist der Ende. Das war's. 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 Du hast ja doch etwas. Ich brauche ein flotten Raumschiff, um einen Freund zu finden. Du sollst dich da auskennen. Hier ist es nicht sicher. Bleib bei mir. Was ist denn jetzt mit dem flotten Raumschiff? Was ist denn jetzt mit dem flotten Raumschiff? Was ist denn mit dem Luftschiff? Du hilfst, du hilfst, du hilfst mir, ich helfe dir in den Nefarius-Turm rein. Das ist der einzige Ort, das ist der einzige Ort in der Stadt, das ist der einzige Ort in der Stadt, wo du ein flotten Raumschiff findest. Was hast du mit dem Luftschiff vor? Komm einfach auf dieses Dach rauf. Ich hole meine Sachen. Wir treffen uns oben. Das Dach? Wie komme ich auf das Dach? Ich komme, Kleck. Halte durch! Meine Statue von Infraraten Nefarius später noch probieren. Gut, 18 Stunden anstehen. Hotdog, das ist ein neuer Ort. Wir klopfen Eferius! Moment, Süßer! Bist du unterwegs auf Star? Woher solltest du mit dem Raritanium in deinen Taschen dein Arsenal etwas aufholen? Brauchst du Waffen oder Munition? Ich wette beides! Aha, das machst du gut! Deine Ausrüstung aufzurüsten ist nicht schwer, wenn du genug Raritanium hast. Siehst du, wozu mit einer guten Waffe abgeben, wenn du eine Top-Waffe haben kannst? Oh, es ist immer den Preis wert, seine Waffen im Top-Zustand zu halten! Na los, röste das Ding auf! Aber die Aufrüstung hast du doch schon! Oh, jetzt seh dir das an! Ich helfe gerne! Danke für die Hilfe, Geheimagentin Zucon! Ja! Viel Glück da oben! Und Miss Zucon ist nie hier gewesen! Ab sofort stehst du bei jeder Party im Mittelpunkt! Du hast es also geschafft! Beeindruckend! Hey, du kannst mich sehen? Wo bist du? Ist mein Raumschiff fertig? Das wird schon keine Sorge! Du musst mir nur noch bei einer letzten Bedrohung helfen! Das Nefarius Spa! Wenn du die Soldaten ablenkst, hacke ich Nefarius Propaganda-Luftschiff und schicke der Staat eine Botschaft, die sie nicht vergisst! Sieht einfach aus! Ein schönes kochend heißen! Bürger von Nefarius City! Dies ist die Stimme des Widerstands! Dies ist die Stimme der Wahrheit! Und die Wahrheit ist... Wir müssen reden! Der Widerstand! 꿈st wirst dich an, wenn du dich auf Singapäse gibst! Willst du eine große Haltung für deine Lebensdrowecker? Surren Cristo! ależy dich! Dieseいる Gewalt sind immer蠟owa- please! Jetzt bleibe ich! Verleggen Sie, ohne 31 teaspoon für dieedgeke圍! Hier!! Ich anh Modern für diese Programm! Soooth-Lewalt hast du dran! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.